Nächste Station, Freudenstadt Hauptbahnhof. Hier endet unsere Fahrt durch das Gugtal. Wir wünschen Ihnen einen anliegenden Tag, gutes Wetter und einen schönen Ausflug. Sie können umsteigen zu den Zügen in Richtung Alpiersbach, Hausach, Gengenbach und Offenburg. Sowie in Richtung Hochdorf, Heutlingen, Herrenberg, Böblingen und Stuttgart. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Region. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links.